Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys, das ist die Lachsanalyse für nun Freitag, den 25.08.2023 und ist der Lachse hier ganz schön vom Brett runtergefallen, sein Wasserfall auch runtergeplatschert und umgekippt. Er ist regelrecht umgekippt. Wir sind hier noch oben ans Band dran, haben die 49.50 nicht mehr ganz geschafft. Natürlich, das ärgert mich dann manchmal auch ein bisschen für die Leute, die nur in die Morgenanalyse gucken, aber das hat man glaube ich vor ein paar Tagen auch schon mal, manchmal müssen auch die Leute vom Gremiumdienst einfach auch ihren Vorteil haben, wenn sie bezahlen, haben wir so viel Geld für. Wir hatten uns dort noch die 8.85 angeguckt und dann war er an der 8.85 und dann haben wir gesagt, na gut, jetzt von hier ein Rücklauf auf 8.30 und dann kannst du bei 8.30 schon richtig Herz auf Niere prüfen. Entweder macht er 8.30 dann wieder hoch und galoppiert volle Hütte oben raus Richtung 16.000 oder zerbricht die 8.30, geht runter, 7.50 und im Extrem 6.20, 6.200 und 5.50 und buff, volle Hütte nach unten einmal durchgezogen. Für diejenigen, die in der Morgenanalyse oder quasi mit der Vorbereitung der Morgenanalyse reingegangen sind, wird es wahrscheinlich eher schwieriger gewesen sein zum Umsetzen, kann ich mir vorstellen, denn wir hatten oben einen Stundenschluss oben raus, wir hatten gleich am Anfang vor allen Dingen von der 8.20 eine rote Stundenkerze, dann eine sehr drübe, hat eine grüne oben geschlossen, dann direkt wieder ein rot dahinter gehauen. Unten hat er es ähnlich gemacht, er hat auf 7.76 erstmal eine grüne nach oben angezogen, das war dann ein bisschen schwieriger nachzuvollziehen, der konnte unter der Haube ein bisschen besser rauslesen und da hat man dann auch hier unten geschrieben, also bei 7.76 dann war, dass die 7.40 dann erstmal Shortmarke wird und dann ist das 7.40 angelaufen und komplett wieder nach unten umgekippt. Aber das kann man leider nicht ändern, das gibt auch keine Möglichkeit, wie ich sowas dann besser in die Morgenanalyse einbilden kann. Ich mache das auch nicht mit Absicht, also denke nicht, dass ich da irgendwie versuche, die einen hier zu bevorteiligen oder nicht. Das mache ich eigentlich nie. Das war so für mich, das war halt wirklich erst aus der untergeordneten Bewegung dann erkennbar gewesen. Ich würde die Analyse, auch wenn es eine Woche später ist, immer wieder genauso machen. Das Einzige, was man hier vielleicht mitnehmen konnte, ist das mit Unterbieten der 6.70, 6.700, dann eben das Übertreibungspotenzial frei wird. Wir haben gestern gesagt, 600, 5.50, 4.60, 4.100 und das ist ja passiert. Da ist ja dann, auch wenn er die erste grüne Stundenkarte da unten gesetzt hat, ist er dann nachher umgekippt, drunter gelegt und hat das aufgefressen. Und das erste Ziel ist jetzt hier erreicht bei 5.50 schon mal. Ja, ist auch gar nicht so unwichtig. Ich könnte mir sogar fast vorstellen, dass er am Freitag erstmal nach oben anstartet, aus Trotzreaktion. Aber Ziel wird jetzt hier zwar in der Taktlinie, also auch mit so einem Flankentrainer hätte das auch relativ leicht, da hinzukommen. Ich bin sehr gespannt, ob er es denn dann auch macht, weil wir wissen nicht, wie man noch eine bessere Vorlage kriegen kann. Das ist schon relativ straff. Also die 400 ist jetzt hier interessant, 4.10 ist es sogar mittlerweile schon. Das ist damit dann auch die Eröffnung von dem Tag nach dem Gap. Bei 3.60 ist das noch das Gap. Ich denke, das ist fast Augenmerkzone zum Dienstag hier im Bereich um 400 und 3.60. Auch die 4.60 sollte man nicht ganz aus den Augen verlieren. Man sollte vielleicht sogar auch ein bisschen höher planen, denn wenn man die Tiefs verbindet, wird man bestimmt irgendwo bei 4.80 rauskommen, 4.85. Manchmal ist der Markt ein bisschen düsslich. Ihr kennt unseren DAX, manchmal ist er ein kleines Rindvieh. Dann dreht er sich von so einer Marke nochmal hoch, macht alle komplett Kürr, geht auf 600, 6.30 oder irgendwie sowas und dreht von dort dann nach runter. Also das wäre auf jeden Fall mit einzuplanen. Sollte der gar nicht nach unten rennen, würde ich auf jeden Fall sagen aufpassen, weil ich meine, das ist jetzt sehr offensichtlich, dass das hier weiter fallen kann. Das ist immer wieder beim Thema, das sieht ein Blinder mit dem Krüchstock. Dementsprechend traden die Leute aber wahrscheinlich auch vorzugsweise short. Man kann das nicht 100% mit Sicherheit sagen. Manchmal wissen auch alle Leute, dass das fällt und handeln trotzdem long. Das ist manchmal sehr interessant. Das sieht man immer mal wieder. Die Leute sagen, das fällt bestimmt noch bis dahin und wir handeln deswegen long. Das habe ich gestern auch im Chat bei uns auf der Website geschrieben. Da hat auch jemand gesagt, der geht davon aus, dass da noch 150 Punkte nach oben gehen. Deswegen geht er jetzt schon short mit Stop-Loss 150 Punkte höher. Das Käse, das ist wirklich Blödsinn. Also wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, ist das auch wirklich Blödsinn. Man kann ja erst die 150 Punkte nach oben mitnehmen, wenn man denn davon ausgeht, dass es da hingeht. Und von dort dann die Strecke zurück. Also da versuchst du wirklich das zu handeln, was ihr seht und nicht irgendwelchen Käse zu machen. Also das ist einfach ineffizient. Wenn ich weiß oder mir sicher bin, der Markt bewegt sich noch in eine bestimmte Richtung und ich sage, okay, dann gehe ich trotzdem jetzt hier rein und packe aber den Stop-Loss dann hinter das Ziel, was ich noch kommen sehe. Das ist vertan das Geld halt auch. Also ja, Punkt. Was wollte ich aber sagen? Sollte der jetzt zum Freitag nach oben aufschatten und der kriegt Druck drauf und der zieht über 36 auch oben raus. Also für mich wäre so 36 eigentlich die obere Kante. Der passt ein bisschen auf. Weil damit rechnen wahrscheinlich die wenigsten jetzt, dass der am Freitag die komplette Bude wieder zurückläuft. Und wenn jetzt alle davon aussehen, dass das Short, dass der runterfällt, hauen die in diese steigende Bewegung dann die ganze Zeit rein. Ah, und dann steigt er natürlich noch weiter. Und deswegen passt er wirklich besser auf. Also ich würde für mich persönlich einfach so 6,30 festlegen als, ich sage mal, Signalmarke. Und wenn der drüber notiert, würde ich dem eher Raum für Erholung geben. Weil, dann bedient er das nicht. Jetzt ist weiter ausrasten, beschleunigen, unten volle Hütte. Ich meine, der kann, guck mal die Kerze an, die Tageskerze. Wenn der noch so eine dahinter setzt, da steht der hier unten, da steht der weit unter 300. Und das kann der, wäre ja kein Problem. Braucht bloß ein Gap reinbringen, Gap hier am 500 eröffnen. Dann kannst du sogar über 2,30 nachdenken zum Freitag. Aber, wenn er eben auskontert und er steht oben über 6,30, dann würde ich ihn noch an die 6,90, 700 reinsehen. Wenn er dort reagiert, komplett wieder umdreht, kommt er bis zum Tief zurück. Tut er aber da drum fuchsen und irgendwie noch flach zur Seite oder seitwärts machen, dann steigt er danach wieder hoch auf 7,50, zeigt einen Stehengefinger und sagt, was wollt ihr denn hier eigentlich? Ich habe doch Spaß. Und unser Dax bewegt sich die ganze Zeit so ein bisschen dusselig. Immer wieder hoch, runter, hoch, runter. Die ganze Zeit geht das so. Das geht runter zu so, das geht hoch zu so. Macht er die ganze Zeit. Und deswegen, ich persönlich würde einfach, ich rechne schon mit tieferen Tiefs. Ich rechne damit, dass der Markt weiter fällt. Ich würde auch eher Short suchen als Long. Aber wenn der komplett kontert und Stärke zeigt, statt jetzt Träsche zu zeigen, obwohl doch Schwäche jetzt naheliegend wäre, dann werde ich sofort hellhörig. Und dann würde ich mich aus Shorts verkrümeln und den erstmal machen lassen. Weil, wenn du dann da stehst bei 7,50 und hast dir die ganze Bewegung durchgeschortet und plötzlich reden wieder alle davon, dass der ja 9,50 und 16,2,50 anlaufen kann, dann kriegt man wieder kalte Füße und weiß nicht, was man machen soll. Und von daher, lieber gleich im Ursprung, lieber eher schalten und riskieren, dass es eine Fehlentscheidung wird, als dass man zu spät entscheidet und dann wirklich die Kacke groß am Dampfen ist. Also das ist mir auch immer ganz, ganz wichtig. Oben wie unten, es gibt immer kleine Punkte. Hier unten haben wir eine ISKS gehabt, die umgekippt ist, die eigentlich Grund gibt, dass man aus einem Short zum Beispiel rausgeht. Hier oben haben wir einen Support bei 5,30 gebrochen, nicht verteidigt, nach unten rumgelegt, Stundenkerze rot hinterhergelegt. Auch ein Grund, dass man sich aus Long verkrümelt und vielleicht jedenfalls sogar Short in Erweckung zieht. Es sind immer wieder Signale an den Bereichen, wo der Markt auch wirklich umkehrt. Weil der Markt nie ohne Umkehrsignal umkehrt. Das geht nicht. Ein Markt tritt immer mit Umkehrsignal um. Er kann gar nicht ohne Umkehrsignal umdrehen. Deswegen würde ich auch eine Umkehr erst dann traden, wenn denn ein Umkehrsignal da ist. Weil ohne kann es ja gar nicht gehen. Also brauche ich auch, solange ich kein Umkehrsignal gebe, siehe noch nicht mich dagegen. Verstanden? Also rennt da weiter runter, lasst laufen. Ihr kennt die Ziele, ihr kennt die Bereiche, die relevant sind. Und solltet ihr aber aufdrehen und durchdrücken. Lasst das mal machen. Lasst das mal machen. Okay? Das ist es. Ja? Nö. Mehr kann ich euch nicht hinzufügen. Tagesshot haben wir uns angeguckt, das haben wir uns angeguckt. Dann wünsche ich euch viel Erfolg, gutes Gelingen. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss. ... Untertitelung des ZDF, 2020